Hallo, ich bin YouTube und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video und zwar wird das hier ganz einfach nur ganz kurz sein und zwar ein riesen, riesen Dankeschön an den Thumbnail-Designer von mir und auch von meinem kleinen Kanal, also unserem kleinen Kanal und zwar hat uns der liebe Turtle Mode richtig viele geile Thumbnails gemacht. Er hat für CWBW und für BW Clips, also CW Clips und so, hat er uns halt für alle, die aufnehmen könnten, Thumbnails gemacht und sie sehen einfach mega episch aus. Gerade im Hintergrund seht ihr ein paar Beispiele eingeblendet, die restlichen Welt, die ihr halt auch nach und nach auf unserem kleinen Kanal sehen oder halt auch bei mir, auf meinem Kanal, da werde ich halt auch wieder aktiv Sachen hochladen, was CWBW auch wieder angeht. Und ja, für mich hat er nochmal zwei extra Thumbnails gemacht mit BadRoss und CoolScape, auch nochmal so persönlich von mir, danke an dich und ja, viel Spaß mit dem Thumbs zu ihm, sind natürlich alle Links unter der Beschreibung, zu Twitter, zu YouTube und was weiß ich, was da noch alles drin ist. Schaut vorbei, lasst ein Abo da und bestellt vielleicht sogar was bei ihm, er macht einfach mega geile Thumbs, also es lohnt sich viel, vorbeizugucken. Ja, ansonsten genießt noch die restlichen Thumbnails, bis zum nächsten Mal und schönen Tag.